Szene 2 Szene 1, Szene 2 1, 2 1, 2, 3 Bitte? 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, was? 8 Uhr? 9 9 Uhr Es ist 9 Uhr Es ist 9 Uhr Bitte? 9 Neu Eu Eu 9 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 Bitte? 4, 5 I I Ü 4, 5, 6 5, 6, 7 I Sie 7 6, 7, 8 8 8 8 1, 2, 3 7, 8 9 7, 8 9 Es ist 9 Uhr Es ist 9 Uhr? 9 Uhr Das ist Otto Otto Schmidt Herein Herein bitte Und das ist Herr Professor Müller Ach Otto Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Herr Müller Ja Es ist 9 Uhr Ja Herr Müller Es ist 9 Uhr Gut Antworten Sie bitte Ist es 8 Uhr? Nein Es ist nicht 8 Uhr Es ist nicht 8 Uhr Bitte Ist es 7 Uhr? Nein Nein Es ist nicht 7 Uhr Frage Frage Ist es 6 Uhr? Nein Es ist nicht 6 Uhr Frage Wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr Es ist 9 Uhr Wie viel Uhr bitte? 9 Uhr Es ist 9 Uhr Es ist 9 Uhr Oh ja danke Es ist 9 Uhr Es ist nicht 8 Uhr Bitte Nicht 8 Nicht 8 Nicht 8 Nicht Nicht Ich Nicht Nicht Ich Ja 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 Ich Ich Nicht Ich Nicht Ich Nicht Gut Das ist Szene 2 Psst Hören Sie zu Psst Das ist nicht Szene 1 Das ist Szene 2 Das ist Musik Klassische Musik Die Musik von Johann Sebastian Bach Das ist ein Volkswagen Ein deutscher Wagen Tja Das ist kein Mercedes Kein Porsche Das ist ein Volkswagen Hören Sie Das ist ein Autobus Und das ist eine U-Bahn Erika Komm doch Die U-Bahn Das ist Otto Otto Schmidt Herein Herein bitte Und das ist Herr Müller Es ist 9 Uhr Nicht 7 Nicht 8 Es ist 9 Uhr Und die Szene 2 Ist zu Ende Eine Pause Von 5 Sekunden Szene 3 Hören Sie zu Hier ist Otto 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 8 9 10 9 10 11 10 11 12 9 9 10 11 12 H Wiederholen Sie 9 10 10 11 11 12 9 10 11 12 Bitte Bitte Otto Bitte Ja Herr Müller 2 und 2 ist 4 Ja Herr Müller 2 und 2 ist 4 Ist 3 3 und 3 6 Ja 3 und 3 ist 6 Wie viel ist 4 und 4 4 und 4 ist 8 Wie viel ist 6 und 6 6 und 6 ist 10 10 10 Nein Das ist nicht richtig 10 ist nicht richtig Nicht okay 10 ist falsch 6 und 6 ist 12 Oh 12 ist okay 12 ist richtig 10 3 und 5 Frage Wie viel ist 6 und 6 6 und 6 6 und 6 ist 12 Richtig. Wie viel ist fünf und sechs? Bitte. Fünf und sechs ist elf. Bitte. Gut. Wie viel ist fünf und fünf? Fünf und fünf ist zehn. Gut. Das ist richtig. Hören Sie zu. Otto, wie viel ist zwei und zehn? Zwei und zehn ist zwölf. Richtig. Wie viel ist drei und zehn? Drei und zehn ist dreizehn. Vier und zehn? Vier und zehn ist vierzehn. Fünf und zehn ist fünfzehn. Sechs und zehn ist sechzehn. Sieben und zehn ist siebzehn. Gut und richtig. Sechs und zehn ist sechzehn. Sechs. Sechzehn. Bitte. Sechs. Sechzehn. Bitte. Ech. Sech. Ech. Sech. 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 Sechzehn. Sechs ist nicht sechzehn. Sechs ist nicht sechzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Achtzehn. Neunzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Wie viel ist 1 und 3, Otto? 1 und 3 ist 4. Und wie viel ist 1 mal 3? 1 mal 3 ist 3. 2 mal 3 ist 6. 3 mal 3 ist 9. 4 mal 3 ist 12. 5 mal 3 ist 15. Et cetera und so weiter und so weiter. Ja, und so weiter. Frage. Wie viel ist 6 mal 3? 6 mal 3 ist 18. Bitte? Frage. Wie viel ist 7 mal 3? Hm. 7 mal 3 ist 21. Und 10 mal 3? 10 mal 3 ist 30. 31, 32, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40. Eine Pause von 5 Sekunden. 1. 2. 3.